Hallo Borkheider, hallo Welt! Da sind wir wieder, der Lutze, du bist nackt im Gesicht, sag mal. Ja. Hast du ihn aufs Ohr gekriegt? Nee. Haben sie dir irgendwas weggenommen? Das waren die Zähne. Die Zähne, seid ihr mit der Zähne? Ich habe meine Brille irgendwie verdattelt, kaputt gemacht und jetzt muss die wieder repariert werden. Wie letztes Mal. Wenn es noch welche blau oder grün war, wenn du draufkriegst. Richtig so, wenn du inzwischen Licht herkriegst. Jo, so, der vierte Advent ist vorbei, das soll für den vierten Advent gewesen sein. Damit ist Weihnachten erledigt. Ich hatte das letzte Weihnachten, die es ja kommt. Das letzte Weihnachten, aber das sollte nicht immer nach dem vierten Advent Weihnachten sein. Wie lange dauert denn das noch? Also bis Freitag. Freitag soll Weihnachten sein. Ist ja nicht mehr lange hin. Nee, das Heilige Abend. Das Weihnachten ist ja das Sonnabend. Immerhin. Der Weihnachtsmarkt ist mit Wunschzetteln gut zugedeckt worden. Ja, ist er auch. Der war fleißig Arbeit gewesen. Jo, wir haben noch den Gruß der Woche, den wollen wir nicht vergessen. Und der geht mal wieder in die USA an den lieben Marcel, samt seiner Frau und seinem Hund. Danke für die Karte hier, für deine Weihnachtsgrüße. Vielen Dank. Wie sagen die mal? Hau die oder sowas da drüben, was? Hau die? Nee, hau den. Nicht hau mich. Sagen wir Marcel. Sagen die hau die? Hau die. Da mehr, wo die Texas war. Nicht Ohio. Ja, keine Ahnung. Aber jedenfalls schöne Grüße an die USA. Dann haben wir noch ein paar Nachrichten. Und zwar, wir können jetzt wieder mit dem Auto nach Belitz fahren. Konnten wir ja schon vorher. Aber direkt die Brückerstraße ist frei. Haben wir gelesen. Da ist ja ganzer Asphalt und alles. Und ja, alles von Grund auf erneuert worden auf diesem Stück Straße. Und kommt man nun endlich mal wieder durch? Braucht man ihn jetzt umfahren? Ein Sichtglas reinmachen können, dass man sieht unten, was ich gemacht habe. Wobei mit dem Radfahren, ja, das wäre gut, damit man auch weiß, warum das gemacht wurde. Und dann kann man noch, und dann kann man noch, jetzt, nee, mit dem Fahrrad konnte man schon immer hinfahren, glaube ich. Jo, dann geht es noch weiter. Auch in Borkheide ist die Belitzer Straße so bald fast fertig, glaube ich. Die Deckschicht ist drauf. Der Asphalt ist drauf. Bin da schon mal drüber getrampelt. Ist aber noch nicht freigegeben. Ach, du machst das. Naja, weil da ist ja noch so der Abstand, da kann man noch runterfallen. Da ist noch so 10 Zentimeter Bordstein, was noch nicht mit Rasen zugeschoben ist auf der linken Seite, hatte ich gesehen. Gibt es schon Rasen zum Zuschieben? Nee, Rasen ist es schon drauf auf der rechten Seite. Das ist Rasensamen. Ach so. Ja, und natürlich auch der Radweg Richtung Borkbalde ist schon mit Asphalt versorgt werden, aber auch noch nicht erworben, aber noch nicht offen. Doch, nicht offen, aber die Deckschicht ist schon drauf. Die Deckschicht ist schon drauf. Schilder stehen leider noch da. Genau. Ja. Ja, ansonsten war an dem Wochenende ja nicht allzu viel los. Da habe ich mal die Zeit genutzt und bin mal nach Treuenbrizen zu Ortmann Schmiede, der ja auch bei uns ab und zu mal Werbung macht. Hab mir mal angeguckt, was der für tolle Figuren hat. Hab mir was für Weihnachten gekauft. Wie ihr hier sehen könnt, mal so mit der Kamera mal kurz über seine Figuren gegangen, die er da verkauft. Er hat ja auch hier Zugang zu Borkheide. Er ist ja hier verwandt, verschwägert, verheiratet. Du sollst wen grüßen. Bomber, ne? Ja. Nee, Bomber weiß das, ne? Bombers Cousin. Vielleicht kann der ja auch mal ein Schmiede mal... Ja, lieber Thomas, lieber Bomber. Dein Gesicht klöppeln als Figur. Meins? Warum nicht? Unsert meinst du gleich so? Nein, mich nicht. Mit einer Kamera. Klar, das wäre doch auch mal was. Wir brauchen so eine Figur für uns, die wir dann hier verticken können zu Weihnachten. Jo, das waren jedenfalls hier ein paar Bilder von Ortmanns Schmiede. Kann man da mal hinfahren, wenn man was braucht. Geschenke zu Ostern oder sonst wie oder so. Dann, wie war diese Geschichte mit dem Kinderspielplatz, sagen wir mal. Ja, die Nachricht hat mich erreicht und ich bin überhaupt gar nicht sicher, wie das dazu gekommen ist. Geht das hier um den Spielplatz hier hinten bei dir um die Ecke, ne? Ne, der geht um den ganz da hinten im Haselnuss-Trauch. Da hinten links da so eine Ecke drin, wo niemand hinkommt normalerweise. Ja, den haben wir schon mal entdeckt, dass wir mit dem Hund da lang gegangen sind. Aber ich habe da noch nie ein Kind gesehen, muss ich sagen. Aber wie Leute hier bei uns gesagt haben, geht ja doch der eine oder andere da mal hin. Normalerweise sind die alle hier vorne im Eichelherweg. Ich meine, das hat ja letztens auch mit der Frage, wann die Tech-Schicht gemacht wird. Vielleicht kommen wir ja hier aus der Richtung Amtsverwaltung oder aus der Gemeinde meine Antwort kriegen, was denn hier mit dem Zustand des Spielplatzes geplant ist. Ob der wirklich weg soll oder nicht? Wenn ja, warum? Vielleicht kriegen wir eine Antwort drauf. Ja, aber der ist schon ein bisschen versteckt. Also da musst du schon wissen, dass der da ist. Sonst kommst du da nicht hin ohne weiteres. Dann wollte ich noch sagen, in eigener Sache ist ja bald Weihnachten. Am Freitag wird es dann schon haarig. Also wer noch Kalender braucht, noch sind genug da. Matze, guck mal, da liegt noch einer. Siehst du den da versteckt? Einer. Einer? Ne, ich habe unten noch, glaube ich so. Ich habe noch ein paar Kalender da. Also wer noch braucht, kann sich noch gerne an mich wenden. Matze, du hast auch noch welche, oder? Ja, bei mir liegen auch noch welche. Ich bin die Woche auch da, größtenteils noch halb Urlaub. Du hast Urlaub? Ich will mich auch mal so fühlen wie du den ganzen Tag. Ich habe nie Urlaub. Immer. Nie. Immer. Nie. Ach. Jo, und weil wir halt gar nicht so viele Themen haben, sind wir schon wieder fast beim Wetter. Morgen ist der 21. Dezember 2021. Das heißt, morgen ist der kürzeste Tag. Da braucht man gar nicht erst ins Bett zu gehen, mein lieber Matze. Und damit natürlich auch Winter anfangen. Gibt es denn nur Schnee, oder wie oder was? Wir können den ganzen Tag Licht anlassen, weil wahrscheinlich wird es wieder dunkel. Das ist auch die Zeit jetzt, wo du dann den Winter durchschläfst, ne? Sieben Uhr war aufstehen heute Morgen. Für deine Frau. Nein, für mich. Wir stehen immer zusammen auf. Egal, ob oder nicht. Naja, wenn sie raus ist auf Arbeit, dann machst du Jalousien wieder runter. Heute war nicht Arbeit. Montag, heute schien die Sonne, hast du gesehen? Heute war ein richtig schöner Sonniger Tag. Ach, das war Sonne gewesen, das Ding. Ich habe mich schon gewundert, was das ist. Halt schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ja. Du dachtest, über das Licht noch an, ne? Und das hast du über den Lichtschalter gedrückt und dann wurde es noch heller. Siehst du das hier ohne Brille? Ich habe doch jetzt eine Brille auf. Das ist eine Lesebrille, die geht doch nur für 5 Zentimeter entfernt. Ach so. Ja, die gibt es als Gleitsicht, habe ich aber nicht. Brauche ich nicht. Ich habe so lange Arme, das reicht mit der Zeitung bis hier vorne hin. Wobei, ich lese gar keine Zeitung. Egal. So, Wetter, es bleibt noch ein bisschen sonnig, ein bisschen durchwachsen. Temperaturen gehen nochmal runter, auch in der Nacht, bis teilweise minus 4 Grad am Mittwoch. Du willst wissen, was Weihnachten ist mit Schnee? Nein, was Jörg gesagt hat, 50 Prozent. Ja, artig. Aber die 50 Prozent sehe ich jetzt eigentlich schon mehr allein vom Niederschlag her bei 60, 70 Prozent, teilweise bis zu 90 Prozent Niederschlagswahrscheinlichkeit. Und was dann runterkommt, hängt natürlich an Temperaturen. Am 24. wird es ja Regen sein und am Richtung 26. Nee, am 23. Das Bild, glaube ich, diesmal nicht hier. Das ist jetzt ein Fake-Bild. Beim Deutschen Wetterdienst auf der App sieht das vom Niederschlag her ein bisschen anders aus. Also da kommen zwei Niederschlagswänder an. Und das Zweite am 6. Richtung 25. 26. Könnte sogar, je nach Temperatur, auch ein bisschen weiß werden. Glaube ich noch nicht. Ich glaube das noch nicht. Wenn nicht, sage ich jetzt... Du 50, 50. Du sagst weiß, ich sage Regen. Und wer gewinnt, kriegt einen Pulli-Whisky oder auch nicht einen Frieser-Whisky, oder? Nee. Ach, nee. Wird also auch wieder nix. Ja, der Wettertrend. Man sieht ja auch beim Wettertrend so um den 3,24. Diese kleinen Candlesticks da unten, die Schneewahrscheinlichkeit vorhersagen. Ja. Ja, kann der Jörg nochmal kommentieren, was er dazu meint unter dem Video. Ja, man weiß es nicht. 23, 24. Mal gucken, was der da ist. Das wäre ja auch zu einfach, wenn man sagen würde, es schneit einfach durch, ganz Weihnachten. Das wäre zu einfach. Das wäre doch mal saukool. Das würde ich mal jedenfalls so sagen. Ich glaube, das kommt nicht mehr. Also entweder kriegen wir wieder richtiges Wetterchaos von November bis Januar oder nicht. Wir kriegen nur noch Extreme. Ja, okay. So, dann sind wir ja eigentlich schon wieder fast durch. Das heißt, wir sind durch. Jetzt können wir eigentlich nur noch sagen, ist ja nicht mehr lange bis Weihnachten am Freitag. Wir kommen vorher nicht mehr auf Sendung. Aber nach den Feiertagen wieder höchstwahrscheinlich dann noch einmal in diesem Jahr, wo wir nochmal unseren Psalm hier abliefern werden hier und die Leute hier volltexten. Mal gucken, was passiert. Vielleicht ist ja Weihnachten noch irgendwas, was passieren kann. Zur nächsten Sendung machen wir die Dachluke auf und schießen die Raketen raus. Kommst du dir? Das dürfst du nicht. Das dürfst du nicht. Das ist verboten. Es ist verboten, mit dem Foden an den Hoden rumzuknoten. Habe ich das gerade gesagt? Ja. Kriegst du denn was vom Weihnachtsmann? Ich? Hast du Wunschwunschladen abgegeben? Ich habe dich nicht vor dem Weihnachtsmann gesehen. Kann das sein? Ich habe eine Glaubenskrise. Du kriegst nichts. Ich glaube, ich kriege nichts. Du kriegst nichts. Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall alle einen richtig fleißigen Weihnachtsmann. Nehmt euch alle mal ordentlich an die Hand, drückt euch ordentlich und denkt daran, wir sind alle Menschen. Egal wer. Außer Chile. Außer Chile. Ich bin Mensch. Und Menschen sollten sich verhalten wie Menschen. Wir sind soziale Wesen und nicht welche, die sich gegenseitig bekriegen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Niemand muss irgendjemanden wegen irgendwas ausgrenzen. Und lasst mal die asozialen Netzwerke ein bisschen in Ruhe. Und streitet euch nicht so viel darum. Streichelt euch, drückt euch, feiert ordentlich. Wir machen auch gerne mit. So, wünschen wir euch schöne Weihnachtsfeiertage. Alles Gute. Bleibt gesund. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag, dem 27., lieber Matze. Und dann machen wir uns drüber lustig, was das Wetter mit uns gemacht hat. Egal in welcher Richtung. Also dann, wie immer hier vor der Kamera, der... Matze! Matze, du musst schon hingucken, wenn du mit den Leuten hinst. Achso, ich muss jetzt machen Licht jetzt wieder aus. Jetzt Feierabend. Matze und Lutze, tschüss, kommt gut durch die Feiertage. Oder soll ich es wieder anmachen? Geht nicht mehr an. Gut. Wha... Wie. 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 Wked. Man. Untertitelung des ZDF, 2020